Freund vom Tellemann aus Altdorf zwickt den Meis... Und Sandra Studer und Ensemble proben derzeit im Theater-Rigi-Blick in Zürich für eine abendfüllende Matta-Hommage. Dass man ihn zwar als Denkmal ehrt, das ist er ja auch wirklich, aber ein Denkmal ist ja nicht da, um es einfach abstauben oder ein Glas drumherum zu bauen, sondern ein Denkmal ist da, dass es lebendig ist, dass die Lieder erhalten bleiben, dass die Lieder unter die Leute kommen und dass die Lieder den Menschen Freude machen. Und ich glaube, das wäre 100% im Sinn von Money Matter.